Es ist so wichtig, Pläne zu haben und zu wissen, was man will. Und trotzdem gibt es Momente, wo man denkt, boah, wieso geht dann jetzt nichts voran? Dann begegnet uns Isa, die Rune, die vom Eis spricht, davon, dass alles eingefriert. Warum passiert es jetzt? Du weißt doch, was du willst und es müsste doch jetzt was gehen. Du hast eine tolle Idee, du merkst, dass du dafür brennst und willst loslegen und doch geht nichts voran. Warum? Nun, weil irgendetwas von dir noch nicht wirklich dabei ist. Weil etwas noch braucht, um ganz zu werden in dir für diese Idee oder diesen Weg, den du einschlagen willst. Gib Isa die Zeit, sei geduldig, konzentrier dich aufs Wesentliche, auf das, worum es dir zutiefst geht. Spüre rein und guck, wo du noch nicht ganz überzeugt bist oder wo Ängste da sind. Besonders alte Ängste, Ängste aus altem Leben, aus der Vergangenheit. Ja, guck das genau an und wenn du das gesehen hast, dann wirst du spüren, dass es weitergeht. Denn dann ist es Zeit, deinen Traum zu weben. Dann wird die Sonne über das Eis gleiten und alles auftauen und alles wird in Bewegung kommen. Genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn du tatsächlich bereit bist. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020